Die Chance! Da ist er jetzt durch. Sie liegen vorne und schauen Sie sich diesen Jubel an. Die Fans liegen sich in den Armen, die Spieler liegen sich in den Armen. Ja, mit viel Übersicht. Jurecka. Ball kommt an, was machen Sie draus? Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können Sie jetzt Ihr Spiel aufziehen. Nico Schulz. Den Versuch setzt er doch ein paar Meter neben das Tor. Leon Goretzka. Den hat er super gehalten. Kemic führt aus. Ja, das war nichts. Rason Wolley ist auch immer ein großes Risiko. Da muss schon alles stimmen. Das war hier nicht der Fall. Leon Goretzka. Jetzt vielleicht. Tor für die DFB! Die Baller am langen Pfosten. Drehen das Ding! Abgefällt vom Verteidiger. Das ist es ein paar Mal. Die Baller am langen Pfosten. Die Baller am langen Pfosten zu erzeugen. Oh, genau. Dürfen. Du hast auch nichts in die Pfosten waren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017